Als noch der alte Preis in dem Beispiel galt, war ein Schokoriegel am Markt so viel wert wie vier Drittel Tüten Popcorn. Indem sich der Popcornpreis verdoppelt hat, ist der relative Preis für Schokolade gesunken. Denn nun muss man für einen Schokoriegel im Tausch nur noch halb so viel an Popcorn, also zwei Drittel Tüten, hergeben. Obwohl ein Schokoriegel immer noch zwei Euro kostet, hat er sich also im Vergleich zum Popcorn verbilligt. Bei einem Budget oder Einkommen in Höhe von 60 Euro konnten sich in unserem Beispiel die Konsumenten bis zu 40 Tüten Popcorn leisten. Nach der Verteuerung des Popcorns sind dies aber nur noch 20 Tüten. In Popcorn gemessen hat sich also das reale Einkommen unserer Konsumenten verringert. Damit wirken zwei unterschiedliche Effekte auf die Nachfrage nach Schokolade. Die relative Verbilligung der Schokolade liefert den Anreiz, mehr Schokolade und weniger Popcorn zu kaufen. Bei fallendem Verlauf der Indifferenzkurven ist dieser Anreiz vorprogrammiert. Dies ist der Substitutionseffekt einer Preisänderung. Andererseits ist, bei sonst unveränderten Vorgaben, der Konsument durch die Verteuerung eines Gutes ärmer geworden. Seine Konsummöglichkeiten werden ja geringer und es ist nur noch ein geringerer Nutzen zu erzielen. Die normale Reaktion ist es dann, weniger an Gütern zu kaufen. Damit entsteht der Einkommenseffekt einer Preisänderung. Inwieweit sich diese Effekte ganz oder teilweise kompensieren oder vielleicht auch gegenseitig verstärken, hängt dann von den persönlichen Präferenzen ab.